Ganz wichtig ist es, das Pferd zwischendurch für eine gute Lektion zu beloben, auch dann, wenn der Reiter mal kurz eingreifen muss, wenn er mal eine Korrektur anbringen muss. Es ist immer wichtig, dem Pferd, wenn die Korrektur gelingt, auch zu verstehen zu geben, was man will, es kurz zu belohnen.